Einfach durch den Gang, scheiße, hätte ich den Spruch in Kuhl geschafft, dann wäre es ja natürlich funktionierend. Aber da muss ich dann so ein verkackter Kuiper landen, ne? So, Spinne, verkick dich jetzt den Weg, Langs. Hier ist jetzt keine Spinne. Gott, ey. Ja, die Spinne habe ich erledigt. Äh, was liegen hier so viele Sachen in der Gegend rum? Mein Bogen. Vor allem Fackeln. Alter, da ist schon wieder eine Spinne. Olli, jetzt geht's los, Alter. Wo ist die hergekommen? Ich balancier da jetzt eine Fackel. So. Ich wollte hier auch noch eine Tür bauen. Ich bin der, der sich dauernd in die Luft fliegt. Pass auf! Ist hier nicht toll, die Tür? Mal ein bisschen besser den Gang hier hinkriegen. Du musst nur kurz ein Leben immer rieren, ey. Bring ihn nicht. So, Tür. Was für ein schräger Gang hier. Ist es Tag oder Nacht? Ich habe 16 Schwerter dabei. Sieht relativ hell aus. Oh, ganz viele Zombies hängen hier in der Ecke rum. Das ist nicht so... Ich habe 16 Schwerter dabei. Ja, und du wirst die alle auf einmal verlieren. Und? Oh, wer ist denn jetzt runtergefallen? Hallo! Ähm, nein, Olli, die sind für die Basis. Olli, habt ihr Pfeile? Nein, ich hatte nur 6 Pfeile. Dann stimme mal aus der Pfeile, ähm, aus der Basis, ähm, Dings mit. Pfeile. Okay, Pfeile, Pfeile, über, äh, wir haben ja schon, doch, wir haben, wir sind Pfeile. Okay, aber ich sehe schon die Basis, ich habe keine Lust, da runterzugehen, absolut keine Lust. Das ist auch hier so feiner Weg, oh, hier, komm mal her. Was? Ja. Ja, den habe ich gewuddelt, und? Wer dann wieder aufgewuddelt. Hier kann man perfekt durchkämpfen. Okay, es ist nicht viel los. Lass die Fackel da stehen. Da kann man perfekt mit dem Bogen durchschließen. Genau, ich habe es gebuddelt, das war ein bisschen der Plan, dass man das umguckt, wo irgendwas geht da alles ab. Was ist noch ein bisschen zu hoch? Dann kommst du, bist du hier? Spitze, dann wäre das gut. Ja, ich habe alles ab. Ja, Ben, bist du hier? Ben. Ja, Ben, gib mir die Pfeile, geh schnell, schnell. Spitzsacke. Den checkst nicht unter den ganzen Dingern, die sind überall. Ja, die darfst du nicht kaputt machen, die Dings. Da kommen dann diese Verkatschen, nicht die Steine kaputt machen. Ich greife den vorne an. Oh, scheiße. Nein, ihr dürft keine Steine kaputt machen. Wenn du einen von denen tötest, geht's. Ich sterbe gerade von diesen kleinen Drecksteilen. Ach Gott, ey. So, ich habe das überlebt, aber ich habe nichts zu essen und verhungert gerade. Ich habe jetzt die Kisten mit Schwertern voll. Jawoll. Jetzt werden wir es überleben. Ich muss kurz Leben regenerieren. Geh doch. Ich brauche eine Pickaxe, kein Schwert. Ich habe eine Pickaxe, eine Holzpickaxe. Komm jetzt runter, wir haben 10 Sekunden Regeneration. Okay, versuchen wir es. Beim Bein hast du mir die Pfeile gegeben. Warte, Tim. Hier. Ja, die Regeneration ist gleich vorbei. Ja, wir haben jedenfalls volle Leben jetzt. Hallo. Tim, Tim, Tim. Jawoll, jawoll, jawoll. Hallo, stopp. Warte, bevor wir runtergehen, ich habe noch so getranken mit. Alle hier hin und ich werde hier auf den Boden. Alle hier hin. Tim, komm. Alle. Immer gut. Versuchen wir es. Jawoll. Und jetzt geht's voller. Hast du alle Fackeln? Titta! Wuuuuh! Alter, das ist der Hammer! Okay. Alles sind alle tot! Ich habe es geschafft, alle sind tot! Ja, Endermans, zwei Endermans. Na, über uns sind ganz viele Gegner noch. Über uns. So, sehr schöne Aktion. Da kommt ein Creeper runter! Creeper! Ja, er verfolgt mich, er hat mich erst tot. Creeper ist erledigt. Endermans, Endermans! 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 Boah, was ist denn hier los? Die Höhle ist ja die Hölle. So, da haben wir eine Fackel hin. Nein! Oh Gott! Oh, ich habe noch genug Leben, Alter. Ich baue hier mal ein bisschen Stufe. Damit man hier wieder hoch kann. Das feiern durcheinander. Ich baue das hier zu, das wird mir zu blöd. Wir müssen erst mal die Höhle für uns geben. Da ist noch ein Loch, da ist ein Skelett durchgekommen. Da ist ein Skelett durchgekommen. Mach das Skelett weg! Ah! Sehr gute Aktion. So, ich bin fast, ich habe fast das Ding zugebaut. Ich habe den Boden gespannt. Okay. Ach, das ist Sand. Hier kommt jetzt nicht mehr so viel durch. Das ist so gut wie zu. Jawoll! Yay! So, ein paar Fackeln hier, ein paar Fackeln wieder. Warum explodiere ich den Creeper? Hier, ich habe einen super Weg gebaut. Hier an der Seite. Hallo, kommt mal! Hier, kommt mal! Kommt mal mit mir! Ich verstehe dich nicht. Ben, da bist du. Da! Los, Tim, hier! Hinterweg! Alter, ich kann sie hier alles schön bekämpfen! Ben, weg, weg! Gut, gut! Läuft gut hier! Passt auf hinten auf. Läuft gut! Ben! Yes! Ja, es geht weg! Ja, Ben, gut! Weiter! Ich habe nur eine Fackel. Und ein Schwert. Und ein bisschen rottiges Fleisch. Oh, Pfeile habe ich auch noch. Ich lass mal Pfeile fallen. So. Lass mal Pfeile, ja! Oh, eine Steinspielkacke. Ähm, könnt ihr bitte nicht die letzten Fackeln kaputt machen. Prost! Hier sind die Worte in die Pfeile. Ich habe Pfeile hingelegt. Ben, die gucken uns nicht an, wie geil! Könnt ihr das hier! Oh, der ist besonders nicht gut. Oh! Oh, der ist los! Sehr schön! So macht das Spaß! Yo, ich habe ein Ende an meinem Auge! Äh, Creeper? Äh, Creeper! Jawoll, ich habe ihn zugebaut! Na klar, hier, hier hin! Ruhig, ruhig, ruhig! Wow, work here! Nein, da ist ein Creeper hinter dir! Tim, Creeper in deiner Nähe! Ich weiß! Ich mache das mal ein bisschen offener. Dann habe ich wieder ein paar Steine. Und ich mache den Rückweg mal angenehm. Oh, sehr schön! Ähm, was für ein Loch! Was für ein Loch! Alter Ben, gut! Huch! Nein! Oh, ich habe einfach... Oh, Töne, du Spacken! Einer ist mir den Weg gelaufen! Ben, du kommst jetzt wieder her, hier! Schnell! Wir haben da die Sachen, wir sind dir sicher! Ich habe Holzbretter! Alter, das ist doch richtig gut! Alter, das war richtig gut mit der Regenerierung! Alter, war das gut! Das hat funktioniert, das war's wert! So, ich platziere den Kontakt im Boden! Jawoll! Einfach platziert! Oh, die hast du Pfeile! Pfeile! Nein! Pfeile sind, äh, Skelett-Munition! Und Skelett-Töte, es stirbt und kein Kribbis geliebt, das ist selten! Ja, ich habe... Ich kann mir... Ich habe einen Bogen! Ich baue jetzt mal hier einen Weg wieder nach oben, so ein bisschen, damit man hier fliehen kann. Richtung Sanddüne. Hä, wie baue ich mir nochmal einen Bogen? Drei Fäden, drei Holz. Ach, drei... Ja, aber... Drei Planken. Hä, nochmal muss ich wissen... Hä, warum geht das nicht? Weil der Faden senkrecht ist und die Holzbögen gebogen. Wie braucht man Pfeile, Uli? Ach so. Oh, du brauchst eine Feder und einen Flint und einen Holzstab. Feder... Flint? Okay, ich habe einen Bogen. Halt die mal noch... Pfeile, ähm, Pfeile, wo haben wir Pfeile? Oder du tötest ein Baskelette. Das ist schneller. Ich hätte einen... Ich hätte einen Schwer... Komm, da steht...